Lass ich jetzt da rum? Der Nerd. Wenn ich da drüber einen Steuner werfe. Schleiche dich in den Truck. Achso, oh ja. Das schaffe ich. Warum ich jetzt dunkel? Und Eddie, pass auf dich auf. Lass dich nicht schnappen. Fotografiere die Verhörzimmer. Bestimmt von ihnen. Oder? Alte Scheiße. Ist da wieder viel los? Geht's aber ab. Kulimugi haben sie am Start. Oh, da steht auch noch einer. Habe ich so Musik nicht im Auto? Oh, da habe ich mich ja fast gesehen. Oh, da steht auch in die. Scheiße. Ja. Ah, sofort. Ah, fast nicht. Kann ich verbrennen? Der kotzt. Hm. Wo verstecke ich den jetzt? Ja, verhaut oder nein. Na, ist schon spannend jetzt hier ein bisschen. Ich darf jetzt wirklich nicht entdeckt haben. Ich frage mich aber auch mal, wie kommen wir da rein in die Schüte? Das schmeckt ja ziege, scheiße Messer. Alter, scheiße, ist hier viel los, ey. Wenn die mir ein Degger abglüttet. Das weiß ich jetzt schon. Wie sieht's denn aus mit Abspeichern? Keine Ahnung. Leck mich am Arsch. Das ist nicht du. Das wird doch knapp. So, jetzt nur wohin mit dem. Drübe ist denn die nächste. Kann ich vielleicht hier noch die Kiste da? Scheiße. Dann lege ich den jetzt noch, den Arsch. Ja, das fällt nicht reich auf, dass da noch hängt. Das passt. Kotzt schon wieder, oder? Ich muss jetzt gleich mal den da hinten da oben wegblasen. Der, wo da die ganze Zeit Paragan Min schreit. Der nervt. Oh. Und wir machen das Ganze mal ein bisschen mehr auf Batman-Art. Ja, nice. Jetzt steht da oben und kommt der da nüberspringen. Kann ich da nüberspringen? Versuch's jetzt mal. Oh, scheiße. So, erste Verlore haben wir gemacht. Ich muss da hinten noch zuerst noch. Ich hätte gleich schauen sollen, dass ich da irgendwie aufs Dach hochkomme. Auf dem Dach ist irgendwie... Besser. Wobei ich mir hier jetzt gerade nicht sicher bin. Oh Gott. Jetzt sind wir nochmal zwei. Muss da rein, oder? Oder reicht es, wenn ich hier rein fotografiere? Ah. Okay, jetzt ist das wohl die Vermeide. Wow. Ich kann die nicht kalt machen jetzt. Wenn die jetzt platt macht, dann... Dann höre die mich. Äh, send die mich. Scheiße. Ihr müsst die zwei Kilo. Oh, ne, ich kann doch vorbei. Vielleicht kann ich da irgendwo hoch. Oh. Den habe ich gar nichts, ey. Solche Tasche drückt, zum Glück, wenn sie mich nicht kürt. Nein, er hat mich gesehen. Das kann nicht wahr sein. Oh, fuck you. Ich kann ja eines nochmal machen. Ich versuche jetzt einfach, auf dem Dächer zu bleiben, um keinen mehr zu killen. Ah, gemachte Fotos 12 und 13, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Oh, da geht er noch auf den Turm. Sorry, Junge, aber... Was für Stücke die Leiche, die gehen auch oben liegen lassen, oder nicht? Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Ahhhh! Scheiße Das ist aber Wahnsinn was da los ist Das ist ein Fischmann ich kenne diesmal das hatte zwar nichts damit zum tun dass mich der wendig sehr hat aber ich lasse es trotzdem sicher ist sicher vergiss es das sieht mir das sieht mir schon ich scheiße war das wieder knapp so ein opfer aller was bänden da dort und sieht mit er gleich fast jetzt geht er doch hoch das kann nicht was es kann nicht was er oder ihm ist von der andere seite das macht wenig sinn von hier wenn man versucht er komplett über die dächer zu gehen man muss noch viel mehr krach machen ich kenne hier nicht irgendwo die schweiß dächer Ich muss jetzt doch hoch Du bist schwach Bitte, bitte Hilfe Kämpf weiter Ich kann schon vergessen, die mir schon wieder bei dir nebengeschossen haben Meine Fresse, Digga Mach dich fertig, ich will voll Also den da oben darf ich auch nicht rumschießen Das ist ja schon mal Das ist schon mal klar Oder ich schieße runter und gehe dann hoch Ja Ich schieße runter und gehe dann hoch und werfen über den Zaun Oh Super, jetzt liegt er da ohne. Jetzt geht er aber hoch, oder? Oh, jetzt sehen wir es aber gleich. Wenn es etwas Gutes daran geht, dann darf wir es benutzen können, um Pagan's Flügel zu zerstören. Bleib nicht länger dort, als du wohnst. Petrit de Blursbüro. Okay. Sparen können wir auch nicht. Schade, schade, schade. Jetzt verbrennt er sich, der Idiot. Ja, noch mehr, ich wach.